Dramatische Sekunden im Berliner Zoo. Eine Frau hängt am Rettungsseil mitten im Eisbärengehege. Unfassbar. Und das während der Fütterungszeit. Der Rettungsring bricht, die offenbar geistig verwirrte Frau stürzt wieder ins Wasser. Einer der Bären schnappt sofort zu. Im letzten Moment erreicht sie ein zweiter Rettungsring und die Frau überlebt. Da hinten plötzlich die Frau, ganz viele Pfleger sind dahin gerast. Und mehrere Wärter haben auch mit Stang immer wieder die Eisbärenversuch von der Frau abzuhalten, damit ja nichts passiert. Während der Fütterung sind Eisbären normalerweise sehr aggressiv. Dass diese Besucherin dem Tod nur knapp entkommen ist, ein Glücksfall am Karfreitag. Warum die Frau allein ins Wasser gesprungen ist, ist derzeit noch unklar. Und das ist derzeit noch unklar.